Willkommen zurück zu Let's Play, genau, Road to Diamond LMG. Mal wieder, nur mit Patrick heute und, äh, los geht's. Ja. Also Let's Play, was ist der Name? Keine Ahnung, ich hab irgendwie mit den Anreden, nein, Sprachen in den Videos. Ey, der hat wohl vom Clan Deck und natürlich Cargo. Na ja, geht. Gibt's Schlimmeres. Na. Okay, dann eben Cargo. Immer noch mit der Hammer. Oh, wir haben nur noch zwei im Gegnerteam. Läuft. Ich hab zwei Bar, läuft. Einen. Quitten alle, was ist denn das? Keine Ahnung. Magic. Man. Jetzt kommen sie rein. Bitch. Warum hast du mich angeschossen? Ich dachte, du wärst ein Gegner. Alter, mein Controller. Schieb nicht wieder alles auf den Controller. Wenn die, wenn der manchmal das Sprinten abbricht, Alter. Ja, guck. Okay, Schnipper. Wir haben den Vorteil verloren. Ich muss auf den Kopf, ey, mein. Hast du gedacht mit deiner scheiß Flashbang. Und ich treff natürlich wieder nicht den Kopf. Ja, und da krieg ich wieder noch ein Assist. Wir haben die Kontrolle verloren. Ich hab doch gewusst, dass hier einer ist, Alter. Ey, warum ist da kein Headshot gewesen? Verbündete Drohne näher zählt. Hörst mich doch Arsch, ne? Hier. Man hört deinen hässlichen Bruder im Hintergrund. Tut mir leid, ich hab nur gefragt, ob er Videos guckt. Wegen der Connection, Alter. Selbst du hast 3 Bar. Und ich kann keine Headshots weggeben. Ja, liegt auch an dem Host, ne? Soll er mal wechseln. Da oben ist übrigens ein Sniper drin. Okay. Du meinst wohl wahr. Mist. Ey, ich find keine Gegner. Wo sind denn die am rumlaufen, Mann? Ja, keine Ahnung. Alle sind nur am Schimmeln hier, Alter. Okay, die sind hier hinten, wo ich bin. Na egal, da lauf ich... Einer zockt mit Rafika? Ja. Ja. Ja, war klar, das war sowas von klar, ey. Okay. Wie die alle wieder nur da oben am Schimmeln sind, das ist unglaublich. Wie Chris sagen würde, seien sehr Bose. Mhm. Nein, nein... Jawohl, Headshots. Ja, und endlich wird der Host gewechselt, danke. Fällt... 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 Fällt den auch mal nach 50 Minuten auf, ey. Okay, ich bin Host. Immerhin. Loll. Was war das denn grad für ne... Verarsch, ey. Dead aim nicht. Dead aim, Alter. Ich krieg wieder die Kretze bei dem Scheißspiel, Mann. Waffe leer! Bäm. Drohung neutralisiert. Da oben sitzt einer drin. Okay, da sind mehrere. Glaubst du, Esmine hilft dagegen? Ist klar... Haben die ne Drohne? Weiß er nicht. Oh, ich werd gesnipet. Lass ich mich raten. Ja, mhm. Ich hatte jetzt gerne was zum Werfen. Und natürlich geb ich denen keine Headshot. Weil das... Wie immer. Weil ich zu nah dran war. Die wollen mich echt verarschen, ne? Ja, und er holt natürlich nicht den Teammate, weil der Teammate sich verpisst hat. Ey, bleib stehen. Und lass mich nicht killen, Alter! Mann! Ich hab'n verfickt. Der ist ein G, ey. LMG. Wie? Ah, Mann! Ich hasse es. Wenn die schimmeln und auch noch zu zweit sind und was weiß ich. Und der eine rusht ganz weit mit der Rafika rum. Hast du gedacht, Kollege, ja? Denk ich natürlich auch keinen Headshot. Ja, Juan. Ja, komm, Alter. Hast du keine Primärwaffe oder wat? Oh Gott. Du snipst dich nicht, Alter. Nicht snipen. Das ist Schockladung. Was hab' ich gerade gesagt? Und? Und? Stickmaske drin, ey. Ja, gut. Ey, Shotgun und dann noch... Was hat der K40 zweihändig? Ey, die spielen wie die letzten Hinterwäldler, Alter. So, Drohne raus. Was? Er schneidet mich! Ich werd' die Eier abpacken, Alter! Das mit nem Löffel! Oh, ja, geil. Das mit nem Löffel. Die Mart. Bam, Headshot. Oh, Spawns haben geflippt, Mama. Und ich werd' irgendwie nur von dem Bastard gekillt. Komm mal wieder von hinten. Guck mal, da hat der jetzt auch ne Sch... äh, ähm, G- okay. Erzähl's, dass mir das Spiel wurde erfüllt. Jaaaaah! Ach, dann sehen wir uns in Match Nr. 2. So, Match Nr. 2 auf Overflow. Immer noch mit der Hammera... Und ich hab ja immer noch Husten. Team Deathmatch! M27, sagst du? Und los geht's! Hüttert sie, bevor sie um Gnade flehen. Kann das denn sein, dass das... Jaaa, Mann, warum hab ich den ganze Zeit 200... Einbar, Alter. Wenn dein Bruder irgendwie so'n scheiß Bullshit macht. Wir gewinnen diesen Kampf. Einer ist bei uns. Ja, und direkt haben die Spawns geflippt. Ja. Bitch! Mann! Ich hasse es! Alle vier Bar! Guck mal, um die Ecke, ich bin tot! Hey, ich muss mal kurz was klären, ne? Mach das! Dann kommentiere ich mal... Alleine weiter! Damn, Headshot! Äh, gar kein Headshot, Mann! Nie geben die mir eine Headshot, ey! Ist das mal Host Migration, oder was? Nein! Sorry, warum hab ich da jetzt auch einmal wieder vier Bar? Was ist denn das für ein Mist? Ganz ehrlich, ne? Keine Ahnung! Wenn der Router irgendwie von einem Hamster betrieben wird, ey! Ein Hamsterradantrieb. M8 und Leitung, Alter, wenn's passt, ey! Dann läuft's! Kacke! Du bist jetzt schon wieder keinen einzigen Headshot gekriegt. Ja, läuft bei dir. Ja, aber dafür auch noch nicht gestorben. Blitzschlag erwartet Koordinator! Wer mal vom Teufel spricht, du hässliger A1, missgeburten Warnkind, Arschficker! Jawohl, A1! Ey, schon wieder keiner! Ja! Wollte er sich mit der K40 in die Ecke schimmeln, Alter! Oh, ich hab doch einen Headshot gekriegt! Nice! Ja, genau! Und ich muss unbedingt gesniped werden, ne? Aber irgendwann wieder einen Headshot! Ja, Rafika! Nein, du snipst dich nicht, du Bastard! Ähm! What the fuck! Komm aus dem Nichts, ey! Achte, wie der Sniper wieder auf mich geertet! Ist das schlimm! Okay! Drohne! Dreifach Abschuss! Okay, nice! Boah, du Bastard! Der hat mich fast erwischt! Diesen Kampf! Konter Drohne nähert sich! Läuft da einer rein? Nein! Nein! Ey, warum werd ich immer von Shotgun weggeholt, Mann? Keine Ahnung! Ey, da bist du noch einmal wieder auf Streak, ey, und dann... wieder der Typ, Alter! Ja! Hab's gewusst, du Bastard! Wir sind in Berlin! Verbündete Konterdrohne nähert sich! Ey! Es läuft grad wieder gar nicht mehr! Verbündete Blitzschlag steht bevor! Darmat! Jo Alter, wollte der mich schon wieder mit der S12 wegholen, Alter Jawohl Diese Treue wird belohnt werden Ja Lief eigentlich Mhm Lol Jo Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Von Road to Time, der MG, das hat Daniel Das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute, das war's für heute, das ist es, was wir sehen uns in der nächsten Folge, das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020